jetzt nimmt es auf okay wir machen weiter ganz kurz eine ein zwei runden noch mal bei ach low battery das ist scheiße wie sollten das ding low battery als es ist doof ok wir kriegen das hin bei war ihr wer hätte together ich habe auf englisch umgestellt und wir gucken mal was die missionen mir jetzt erzählen ob ich jetzt irgendwie mehr verstehe bei den missionen das ding ist nur heute also vor ein paar stunden kam jetzt halt auch schon dings an sagt schnell mit mit heute und das will ich natürlich auch spielen also ich glaube wir machen nicht mehr allzu viel war oder vielleicht mal so ein paar aber das sage ich bei jedem spiel sage ich so ja wir machen mal zwischendurch machen wir mal ein paar dort es passiert nie was als er lässt grüßen ja es ist schwierig wenn man wenn man alles spielen will und keine zeit hat das haben wir gemacht stimmt das kann ich mir abholen okay das heißt auf englisch einfach trolle credits auch auch ein cooler name okay play gold digger from that's life in the playopedia with all crew members on your team plug the left and right nostrils nine times each and make zero mistakes aber das ist doch die gleiche als das ist sowas doch im englischen im deutschen auch links und rechts neun mal und keine fehler machen ach so aber da war es irgendwie mit jedem charakter neun mal irgendwie so war das formuliert also wirklich beide seiten okay weiß ich nicht clear it by winging the doorbells at least 75 times hier steht nicht mal dass man es mit penny machen muss play is anyone home from that's life clear it by winging the doorbells at least 75 times gibt es einen charakter der die noch schneller klingeln lassen kann als penny das ist halt die frage ne weiß es nicht play dragon's reign from fantasy ach das war das mit der grunde hier habe ich einfach nicht geschafft ich weiß wie es geht aber habe ich einfach nicht geschafft clear it using all of the fish from the middle row no other fish allowed also das geht ja dann nur in level drei wenn es mal fünf sind oder so und man dann die mittlere rei durchgehen kann also auch ganz komisch ja das ist auch ganz merkwürdig weiß ich absolut nicht wie ich das machen soll aber es ist also von der übersetzung her passt das was sie da im deutschen geschrieben haben hier play ufbs from fantasy cleared by flicking one invader into at least for other ja auch das habe ich nicht hinbekommen ja das habe ich auch nicht hinbekommen ich weiß aber wie es geht ah ja das habe ich auch nicht hinbekommen weiß aber wie es geht ja das ist auch einfach schwierig ja das ist auch schwierig ich glaube wir haben gar keine übersetzungsprobleme ich dachte wir haben übersetzungsprobleme aber nee ich weiß einfach nicht wie es geht die sachen bei den sachen play turtle tipper ja also von der übersetzung da finde ich das okay was die deutschen also was die deutsche übersetzung angibt muss ich sagen da lief es ganz gut eine zeit lang und dann haben wir noch das ja das okay das waren alle ja aber war ich weiß nicht machen wir erstmal variocup sorry machen wir erstmal variocup da habe ich ein relativ gutes ergebnis abgeliefert glaube ich sogar mal gucken was passiert außer tomaten jawohl 3000 und zack neuer level was auch immer das bringt okay also ich würde natürlich gerne versuchen jede von diesen dingen zu spielen wenn sie dran sind aber ich kann das nicht oh mein gott zweimal pio roh einfach nur zweimal pio roh ach ne man spielt die gleichzeit okay das ist auch interessant lol ok double play was okay das könnte super interessant werden also ist natürlich dumm ist jetzt natürlich dumm dass ich es auf englisch habe nein raus mit dir okay wir müssen mal gucken ob das dann aber es müssten ja immer die gleichen kommen und wenn immer die gleichen kommen dann weiß man ja zumindest was kommt und kann sich darauf vorbereiten weil bisher hätte ich gesagt ist es nicht so schlimm hey was jetzt kommen die gleichen aber in anderen tschuldigung ich muss ganz kurz hier mein headset das haut es mir gleich wieder runter äh es kommen die gleichen missionen aber in anderen reihenfolge okay ja oje 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 ich meine hier kann ich jetzt einfach hier rüber gehen und alles ist cool so ne andere ich trottel aber auch da kann ich eigentlich eins werden und dann ja was die zwei roten weg oder was so easy ich glaube es geht eher darum dass der dass der die das dass das sich dass wir uns gegenseitig nicht behindern oder sowas ich glaube darum geht es eher ich muss jetzt beide fünf kollekten oder einfach zusammen okay easy wow ich wollte gerade sagen das ist fies aber es ging zum glück nicht weiter du trottel du hättest auch noch mann okay also bei solch dingen muss ich dann halt mit zweien hingehen okay okay interessant interessant wir gucken mal kurz nach was ich da für eine mission äh geschafft habe aber das kann ja nichts großartiges bestimmt einfach nur weiß ich nicht spiele drei mal den vario cup oder so ein quatsch oder vier missionen im mario cup oder irgendwie sowas ja complete five types genau ja so genau sowas habe ich mir vorgestellt okay nachdem es ja gerade um pjoro geht könnten wir ja erstmal dafür sorgen dass pjoro gelevelt wird kann ich pjoro denn irgendwas geben nein weil ich nichts habe dann kaufen wir doch mal schnell was aber das ist jetzt alles im angebot also das sollte ich einfach jetzt mal zuschlagen oder das schlagen wir doch einfach mal zu ganz stabil so okay da wissen wir noch nicht wer das ganze zeug mag ja ok 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 i see i see dann würde ich jetzt einmal hier die 5000 münzen weil wir gucken wir haben so viel geld wir können einfach jetzt hier problemlos mal ordentlich was rausholen let's go ok ok so und dann gucken wir mal ob wir für pjoro irgendwas haben dann kriegt er ein bisschen mehr punkte nämlich so give pretzies a card that can make all of your wishes come true if you're not overly greedy it's just a card wüsste ich nicht was pjoro damit anfangen soll was er mit der toilette will weiß ich auch nicht wedding dress nee kamera er auch nicht fan nein headphones weiß ich nicht marbled meat will er fleisch ich weiß es nicht ah ne essen ist doch eher also essen würde ich eher dings geben essen ist eher für für hier ne hunk of meat na das ist das ist vario ganz klar cake roll boiled egg strand of hair ich glaube ich hab nix gescheites für pjoro der kriegt jetzt mal kopfhörer have fun oh die haben ihm gar nicht gefallen schade das ist willst du eine toilette ja so ein bisschen hat er da doch äh okay ja ja okay okay toilette hat er gefeiert ja ja alles klar alles klar gold card ne das ist also das will vario aber vario ist ja schon ganz hoch gelevelt oder vario ist doch schon hier hat honcho so der was wollen wir dem noch groß geben also weiß ich nicht sie kriegt jetzt mal das essen ich denke mal sie will das essen schon haben ne so ne cake roll das ist doch voll dein ding what du willst kein essen das ist dein ernst es ist dein ernst ashley mona würde die kamera schon nehmen naja einigermaßen einigermaßen ähm ähm das war halt einfach das ei warnt sich schon nicht viel aber es hat hochgelevelt insofern ist okay so ähm was haben wir noch wir haben die gold karte aber die hätte ich halt für vario gedacht aber ich meine der 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 ist schon so hoch den brauche ich nicht noch höher packen äh du bekommst jetzt mal ja was ist was will was hältst du eigentlich von dem ventilator was hältst du von dem ventilator ja es ist auch ihr ding okay okay ja ja gut gut ähm ähm es ist so wenige ist glaube ich hm oh for those who groom too much ich hab's verstanden ist sie nicht voll auf dings ist sie nicht voll auf dings äh hier du kriegst du kriegst das haar okay es war nicht war die falsche idee scheinbar aber war nicht sie die die so ein bisschen weiß ich nicht mehr da wäre es wahrscheinlich wirklich schlauer ich hätte es auf deutsch ähm ja ja low battery du kannst mich mal was machen wir denn jetzt noch äh wer will denn essen von euch wollt ihr essen mit welcher spiel ich eigentlich ich spiel mit karte manna ja hast du bock auf auf sushi ich weiß nicht ob du sushi magst ich seh dich nicht bei sushi ehrlich gesagt ich seh aber pioro bei ne empty can du willst ne empty can gell sag das ist doch voll dein ding oder nein ach was willst du denn eigentlich man ach was willst du denn eigentlich man hm ah wedding dress hat man glaube ich schon mal der mama gegeben aber das hat glaube ich ganz gut gewirkt dann kriegt sie einfach nochmal das wedding dress ja das war voll das geht voll hoch hier bitteschön zack 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 das ist die manager sehr schön ok ähm was könntest du denn so wollen sports sports loving disco king checking his emails na ach da oben steht ja dann was die können was die wollen ninja adventures dislike cute stuff expressing emotions and unnecessary chit chat likes casting spells eating ja aber da steht doch sie mag eating deswegen habe ich ihr doch die rolle gegeben das dachte ich halt eigentlich da ok ich gebe jetzt hier trotzdem eating ach gucke dieses eating passt jetzt nur die keksrolle wolltest du nicht oder was ey du kriegst jetzt den rest hier sushi ja das ist ihr ding sag ich doch sag ich doch wieso hier afternoon tea jawohl nur die keksrolle wolltest du nicht was ist deswegen dachte ich dann sie will kein essen ich war verwirrt ok so gut ähm wem gebe ich jetzt die goldkarte klar wäre die für vario gut aber vielleicht will jemand anders auch noch die goldkarte er 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 ist doch so ein souvenirsammler kultur berte sind kultur er ist es besser als nix ja das war ok sehr schön so dann haben wir mal wieder ein paar charaktere gelevelt für was auch immer ja ich wollte eigentlich nur pioro leveln und gerade für den habe ich nix gefunden gescheits naja was solls wir machen weiter mit pioro da jetzt nämlich auch kann ich doch einfach hier ah ist das dumm ich kann es nicht rüberschieben transport boah ich dachte schon das habe ich versaut aber es ging gut man weiß halt bei ganz vielen boah gerade noch man weiß halt bei ganz vielen von den spielen nicht wie sie sich jetzt sozusagen neu spielen wenn man da einfach zu zweit unterwegs ist weil man halt sich gegenseitig blockiert mit der zunge ich habe ich habe mich extra noch zusammengestellt weil ich danach man ja das ist super einfach das ist super einfach okay easy bitte mehr solche ach so dass die gleich ach die sollen beide die gleiche maske jetzt habe ich es gecheckt nein der blockiert oh mein gott das war so knapp oh mein gott das war so knapp na okay ja das war einfach okay sehr schön nein ah nee hier drehen 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 oh so close okay nicht mal in meinen highscore gekommen schlecht ganz schlecht ganz schlecht what the heck oh grad so noch pfff yes yes hör auf den zug blockieren man der rechts ey die ganze zeit die zunge auf das ding gesetzt okay das war einfach ich wollte aber grad sagen wenn ich mehr kommen als bis die bombe da unten hoch geht dann wäre es schlecht gewesen aber es hat funktioniert ja wie soll man das denn zu zweit machen holy shit ja ja ich mache ihn einfach zu der seite ich bin ja dumm na klar logisch ah warum habe ich da nicht gleich dran gedacht ich habe es gesehen richtig aber falsch gemacht nein nein ich komme nicht über meinen highscore und der ist noch schlechter highscore oje 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 der nach da der nach da so jetzt hat es funktioniert sehr gut sehr gut machs weg jetzt menschenskinder sehr schön das war einfach das ist zum glück eine sehr dankbare geschichte was ok so diesmal na so diesmal machen wir es richtig sehr schön ich sehe ja aber das war ein guter hinweis für metroid wir müssen metroid spielen metroid dread ich freue mich echt mega drauf ich bin so gespannt nein es war so knapp es war so knapp gerade mit der mit der ja das ist doch sehr schön sehr schön nein ich wollte gerade doch sagen das war jetzt sehr ungünstig zum platzieren aber neuer rekord aber noch lange nicht noch lange nicht bei den guten punkten dabei oje 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 2572 und ab 3900 gibt es einfach erst bronze ja ne ist klar es ist ok spiel gar kein problem aber ja also es ist ne da war es nicht wo war das denn jetzt die nase hier war die nase es ist echt boah neunmal in jedes es ist egal mit wem aber neunmal in jedes das macht es halt schon nicht gerade einfach das macht es halt nicht gerade einfach weil vielleicht sollte ich die vielleicht sollte ich die rechte nase als erstes machen weil die die schwierigere ist i don't know i don't know es ist echt oh jetzt haben wir drei auf der ne haben wir nicht oh god ja jetzt sie da geht schon wieder los dass ich nicht mitgezählt habe mit ihr möchte ich zum beispiel gar nicht erst auf die andere seite versuchen n könnte wieder auf der andere seite sein na ich ne ich hab auf die ich hab auf die mission so keine lust es tut mir echt leid aber das ne ne dann haben wir das klingeln aber da weiß ich halt auch nicht welcher charakter kann denn mehr klingeln als andere also weiß ich nicht das ist doch eigentlich ist das doch ist doch sie dafür prädestiniert gewesen aber das hat halt nicht funktioniert es waren einfach keine 75 wie ist das mit ihm klingelt er dauerhaft wenn er die anzieht also wenn er die so ne klingelt er dauerhaft er klingelt einmal müsste ich sozusagen so drücken wenn ich das button meshe ob das mehr werden ich glaub's nicht das haut niemals hin aber so button meshing vielleicht mit nem vielleicht gibt es irgendeinen charakter mit dem wir button meshen können wo es dann tatsächlich mehr sind als mit mit dings aber das kann ich mir nicht vorstellen das kann ich mir nicht vorstellen dass das das wären keine 75 mit ihm ich weiß nicht welcher charakter dafür gedacht sein soll ich finde es ganz keine haare ich finde es ganz schwierig es ist sie wäre dafür halt echt gut gewesen aber sie macht sie schafft das halt nicht sie kommt nicht auf 75 ich weiß nicht und die schießt auch gar keine 75 da das das haut auf keinen fall hin mit 75 ich meine die dreierreihe ne jetzt haben wir keine dreierreihe aber da kann ich noch so viel meshen das wären keine 75 alter ich hatte wirklich kaputt nein das hier wäre halt noch aber da weiß ich halt auch nicht ist das schwierig waren hier auch irgendwo die fische hier waren die fische wir probieren die fische nochmal ja ist das egal mit wem wir nehmen sie Es muss, es kann eigentlich nur ein Level 3 sein, weil Nutze nur die mittlere Reihe wäre im Prinzip ja das schon gewesen So Aber das hat ja nicht funktioniert Auch hier So Auch das war nur die mittlere Reihe Funktioniert aber nicht, weil sie nicht voll war So, und jetzt, ja, jetzt kann ich aber nicht nur die mittlere Reihe nutzen Ist doch dumm, es hätte jetzt Catch 5 sein müssen Dass es funktioniert Also, ich verstehe Wenn ich jetzt Catch 5 bekomme, dann könnte es ja funktionieren Ja, danke Wie soll ich Ja, aber wie soll ich, oh man Ja, nicht Catch 6 Catch 5 Aber da muss ich Glück haben, dass es mal Catch 5 ist oder was Ja Ah, das war eins zu viel Ja, hallo Wie soll ich Das geht nicht Ich brauch Catch 5 Ich brauch Catch 5, dann könnte es klappen Ja, Junge Catch 5 5 Danke Danke Jetzt hat sie die falsche Ich Sie hat in die falsche Richtung geschießt Okay, es gibt Catch 5 Dann geht das so Dann geht das genauso So und nicht anders So und nicht anders geht das So und nicht anders Ja, leck mich mit Catch 6, Alter Catch 5 Yes Jetzt aber Gerade Das war's Ja Oh mein Gott Es ist einfach pures Glück, wann man diese Mission bekommt Oh Mann So habe ich mir das ja schon vorher gedacht Aber es war halt komisch einfach Ah, okay Die Mission bleibt merkwürdig Die lasse ich Ich lasse die Ich habe da keinen Also, nee Für die Mission habe ich absolut keinen Nerv Äh Hier war das mit dem nicht nach rechts Auch das Nee Sehe ich nicht Im Moment Ansonsten war hier glaube ich Nix weiter Äh Da war glaube ich Ach, da war der Quatsch Mit dem Nee Auch das ist Und auch das hier Nee Nee, Freunde Da sehe ich mich weniger Da war das mit dem Ei drehen Da weiß ich halt nicht Da gibt es wieder irgendeinen Charakter Von den 3 Millionen Der das Ei halt gut drehen kann So Aber woher weiß ich denn wer Kann Pioro das Ei drehen Mit seiner Komischen Zunge Bevor das kaputt geht Ja Pioro dreht das Ei Pioro dreht das Ei Pioro dreht das Ei Oh mein Gott Pioro, du bist der Meister Okay Pioro hat es gedreht Hier muss ich Hier muss ich allerdings Zum Drehen Dings benutzen Ne Neun Volt Das ist das Schwierige Da weiß ich nicht Da muss man das Ding Nochmal drehen Bevor man es geschafft hat Das ist echt Das geht Mit dem ersten geht es schonmal Garantiert nicht Mit dem zweiten geht es auch nicht Das geht nur mit dem dritten Und dann aber auch Wahrscheinlich nur sehr exakt Ja Jetzt geht es überhaupt nicht Ah Okay Immerhin Kein Leben verloren Ja Jetzt habe ich es nicht Mal Och Ich könnte kotzen Ey Ja Aber also Das Das ist auch So Eine Mission Da weiß ich Einfach auch nicht Was ich davon halten Soll Oder ich muss aber mal Gucken War hier gestanden Im englischen Auch dass es mit Neun Volt ist Das wüsste aber schon Ja Nochmal rum Oh ne War da gestanden Neun Volt Nein Falsch War da gestanden Mit neun Volt Äh Welches ist denn das Nein 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 Jetzt müsste es gleich kommen Genau Ja mit neun Volt Also Ne Ich weiß nicht Das ist ganz So eine ganz komische Mission Auch Da hat man glaube ich Da hat man glaube ich Da hat man glaube ich Auch alles Das waren so dann Momente wo es echt gut lief Mit den Missionen Äh 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 Fehlt uns hier noch Irgendwo was Ne Ich glaube nicht Und die hat man glaube ich Sogar auch alle Oder es waren wirklich Die vorderen Wo wir Also aber Die haben so Einen hohen Schwierigkeitsgrad Ich weiß gar nicht Wahrscheinlich mache ich da Halt irgendwas falsch Anders kann ich es mir Nicht erklären So Was ich jetzt aber Auf jeden Fall noch machen möchte An Missionen Wären so diese Aufzug Missionen Ist das hier mit dabei Du Elios Maximus In Variety Pack Until the Ah ne das sind die Variety Pack Dinger Ne Das will ich gar nicht Was ist aber Until the very end Hä Das sind die Variety Pack Ne dann war das hier Gar nicht Wo war das denn Da muss man Dings halt schaffen Das waren die Äh Das waren nicht Die Aufzüge Das sind die Einzelnen Kategorien Kommen die Aufzüge Hier auch noch 58 By anything Goes with all Ah ja Ja Das sind die Aufzüge Das sind die Aufzüge Okay Ah das Geht Das gehört damit Dazu Ich verstehe Passing Score Überall Das sind so Sachen Das dauert so Drei Jahre Bis wir das schaffen Und das sind dann wieder Einzelne Dach Einzelne Sachen Boxing Cowards Nur mit Penny Und 21 oder höher Laser Labyrinth Mit 18 Volt 21 oder höher Junge Ich gehe kaputt Was ist das nicht bei Game Ich meine das sind doch auch so Missionsdinger Zusätzlich Boah es ist Es ist einfach zu viel Also für ein Let's Play Ist es zu viel Vielleicht setze ich mich mal hin Und macht es so ein bisschen Spaßes halber Aber Daraus ein Video machen Sehe ich irgendwie Weiß ich nicht Ah und hier ist Für jeden Jeden Dings Hochleveln Okay Ist das alles Außer Hochleveln Ist da noch irgendwas dabei Oh es geht noch weiter Nach Headon Show Oh ups Dann hätte ich Wario Ja doch die Karte geben können Oh es gibt dann noch Legendary Entity Okay Oh je Und dann haben wir Oh ne Und dann geht das hier Ja Puh Ah I don't know Okay wir machen jetzt noch einen Aufzug Welchen nehmen wir denn Ah wir gehen mal so rum Einen Aufzug mit nicht so viel Also anything goes Get a passing score Was Ach jetzt bin ich hier Hä Wait a moment Ah anything goes is Ach so Oh das heißt Das ist das was bei uns Mischmasch war Ich bin ja auch blöd Okay Verstanden Ja wait Dann ist das trotzdem Welches ist denn das dann Wo sind denn die Aufzüge Da sind die Aufzüge Okay All mixed up ist der erste Aufzug Muss ich 37 Achso ne 55 mit ner Q Auf 5 55 mit ner Q Auf 5 Ne 55 mit Achso Achso das ist alles Ah ja ja Okay I see Muss man Muss man schon zweimal spielen Ach ne 15 25 bei super hard Das ist auch kritisch Das ist sehr kritisch 10 Okay Die 10 Die 10 können wir ausprobieren Q auf 5 Oder wir machen gleich Master 20 Okay All Q members 20 Master of Thrillride Let's go Das machen wir noch kurz Das ist dann das da hier Na genau Okay Also All Ich hab sonst überhaupt keine Lust Da irgendwelche Leute auszusuchen Also Master 20 Puh Das war das Ding Wo man nur ein Leben hat Na Glaube ich Oh ne Boah Oh je Bitte ne gute Das ist ne sehr gute mit ihr Das ist ja perfekt mit ihr Okay Da ist es zum Glück auch sehr gut für ihn gewesen Glück gehabt Das hätte deutlich schlimmer kommen können Das ist auch sehr gut für ihn Halbzeit Hallo Kollege Wie mach ich das denn Da muss ich in die Mitte dann gehen Ah Shit Okay Einmal probieren wir es noch Einmal probieren wir es noch Sehr schön Das war knapp Aber hat funktioniert Erase Da ist er sehr gut für Nein Okay Na gut Ich denke wir belassen es dabei Ähm Ja Also ich 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 versuche Schon Ab und zu Nochmal WarioWare Zu bringen Schreibt mir doch mal gerne Ob es noch was ganz spezielles Gibt was ihr sehen wollen würdet Dass ich wirklich gezielt Was aufnehme Was ihr Sehen wollt Ähm Weil Jetzt würde ich dann Ab dem nächsten Video gerne Metroid Red spielen Wenn das in Ordnung ist Okay Wir werden sehen Danke fürs zuschauen Aber an der stelle Und äh Ja Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal